Hallo YouTube, mein Name ist Manu von Jeanhilftir und ich freue mich euch zu einer weiteren Folge von Mathematik im Schnelldurchlauf begrüßen zu können. Wir hatten gesagt, wir gehen heute auf die linearen Gleichungen und linearen Gleichungssysteme ein. Dazu werde ich euch nochmal die Folie auftischen, die wir letztes Mal schon hatten und zwar über Gleichungen. Eine Gleichung ist an sich zusammengesetzt aus zwei Termen, die, wie der Name Gleichung schon sagt, mit einem Istgleich verbunden sind. Ein Term ist in der Regel alles das, was sich irgendwie ausrechnen lässt. Wir hatten als Beispiel 7 plus 3 ist gleich 10, 7 plus 3 ist in diesem Fall Term 1, 10 Term 2. 7 plus 3 kann man ausrechnen, 10 kann man ausrechnen bzw. ist schon ausgerechnet. Kommen wir auf 10 ist gleich 10, durch eine äquivalente Umformung können wir mal 5 rechnen und kommen auf 50 mal 50. Äquivalente Umformung bedeutet, dass eine Rechenoperation sowohl mit Term 1 als auch mit Term 2 durchgeführt wird. In diesem Fall mal 5. Die Rechenoperation muss eine äquivalente Umformung sein. Das sind einige Rechenoperationen, also die Grundrechenoperationen plus minus mal geteilt sind es auf jeden Fall. Potenzieren ist auch eine äquivalente Umformung, Wurzelziehen hingegen nicht. Da kommen wir aber noch dazu, das kommt dann in der nächsten Folge. Dann hatte ich noch das andere Beispiel gezeigt. 4a ist gleich 20. Das Ganze kann man ausrechnen, indem man es durch 4 rechnet und kommt auf a ist gleich 5. Und genau um diese Sachen wird es heute gehen. Dann hatten wir noch gesagt, dass wir Gleichungen an sich, wenn wir sie in dieser Form haben, durch diese Kreuzrechnung umrechnen können. Das ist jetzt aber heute nicht so wichtig. Die Folie habe ich trotzdem nochmal mit reingehauen. Dass wir quasi immer durch das teilen, was gegenüber von dem steht, was wir suchen. Es geht jetzt um die linearen Gleichungen. Und da unterscheiden wir zwei Fälle, und zwar die linearen Gleichungen mit einer Variable, mit x, oder die linearen Gleichungen mit zwei Variablen, mit x und y. Erst einmal die linearen Gleichungen mit einer Variable. Und zwar gibt es da eine Normalform, die da heißt, ax plus b ist gleich 0. Für a und b setzt man hier in dem Fall irgendwelche Zahlen ein, beziehungsweise sind irgendwelche Zahlen gegeben. Das lässt sich recht schnell umstellen, beziehungsweise lösen, indem man einfach minus b rechnet und dann durch a. Und dann kommt man auch auf eine Lösung, die da heißt, x ist gleich minus b durch a. Beziehungsweise kann man das auch als l ist gleich schreiben, als sogenannte Lösungsmenge. Die wird auch ein bisschen häufiger vorkommen in diesem Video. Könnt ihr euch einprägen, das ist die Form, ja, Lösungsmengen, beziehungsweise Lösungen von Gleichungen aufzuschreiben. Also dieses l ist gleich unter den geschweiften Klammern, die Lösung. Das Ganze mit zwei Variablen, ax plus b y ist gleich c, ist ein bisschen komplizierter. Also wir haben quasi 3x plus 2y ist gleich 5. Und um das zu lösen, gibt es hier, also ist erstmal angegeben, so steht es auch in meinem Tafelwerk, dass die Lösung mit x und y, also quasi als zwei Werte nochmal in runden Klammern innerhalb den geschweiften Klammern angegeben werden und dann nur y in Abhängigkeit von x quasi ausgerechnet werden kann. Das heißt, y ist minus a durch b, x plus c durch b. Das kriegt man auch raus durch Umstellen. Wenn man nun aber x nicht gegeben hat, kommt man also auch nicht auf y. Das heißt, man kann für x irgendwas einsetzen und kann dann auf y kommen. Das ist aber dann nur der y-Wert, der zu dem x-Wert da zugehört. Und um solche Sachen besser ausrechnen zu können, wenn wir weder x noch y gegeben haben, sondern quasi zweimal eine lineare Gleichung in der Normalform mit zwei Variablen halt, dann spricht man von linearen Gleichungssystemen. Da habe ich hier das so gemacht, dass ich ax plus b y gleich c zweimal habe, einmal a1 sehen wir da, b1 und c1 und einmal a2, b2 und c2. Das kann man sich so vorstellen. Ich erkläre mal am besten gleich, wofür man das brauchen könnte. Zum Beispiel, man hat eine Sachaufgabe. Zwei Leute gehen in ein Fachgeschäft für irgendetwas. Für Obst sagen wir in ein Fachgeschäft für Obst und der eine kauft sich zwei Äpfel und eine Banane. Cool, das passt sogar mit A und B. Genau, zwei Äpfel und eine Banane und bezahlt dafür 4 Euro. Der andere kauft sich vier Bananen und zwei Äpfel. Zwei Äpfel, vier Bananen, genau, und bezahlt dafür, Moment, jetzt muss ich rechnen, 10 Euro. Und dann ist natürlich die Frage, was ist A, wie viel kostet ein Apfel und wie viel kostet eine Banane. Das ist jetzt natürlich ein bisschen leicht an sich, aber es gibt verschiedene Verfahren zum Lösen dieser Gleichungssysteme. Vielleicht hat der ein oder andere schon die Lösung raus. Ansonsten gibt es das Einsetzungsverfahren, das Gleichsetzungsverfahren und das Additionsverfahren. Diese möchte ich jetzt an dieser Stelle etwas näher erläutern. Zuallererst das Einsetzungsverfahren. Und hier möchte ich mal die Definition vorlesen, die in meinem Tafelwerk steht, und zwar in der Formelsammlung von Duden-Paetec oder Paetec, keine Ahnung. Eine der Gleichungen wird nach einer der Variablen aufgelöst und der erhaltene Term wird in die andere Gleichung eingesetzt, sodass eine lineare Gleichung mit einer Variablen entsteht. Ich habe da mal ein Beispiel gebildet. Okay, dieses Beispiel ist jetzt nicht das, was ich eben gesagt habe mit Äpfel und Bananen. Dieses Beispiel ist jetzt komplett frei gewählt. Ich werde, während ich das Beispiel erkläre, noch mal auf das eingehen, was ich eben vorgelesen habe, weil das ja doch vielleicht nicht ganz so verständlich ist. Es heißt, eine der Gleichungen wird nach einer der Variablen aufgelöst. Das heißt, erstmal wird eine der Gleichungen, in diesem Fall die erste, umgestellt. Und zwar zu einer der Variablen. Das heißt, ich habe die erste Gleichung genommen, 2x-y ist gleich 0 und habe sie zu y umgestellt. Quasi habe ich gerechnet, was habe ich denn da gerechnet? Ich habe quasi gerechnet, plus y, minus 0. Als ich plus y gerechnet habe, kam y quasi auf die andere Seite. Habe ich quasi beide Seiten plus y gerechnet, dann komme ich auf 2x-0, also weil minus y plus y ist ja 0, also 2x und ist gleich 9 plus y. Und da habe ich noch minus 9 gerechnet, dann kommt 9 auf die andere Seite, dann habe ich das Ganze getauscht und komme auf y ist gleich 2x-9. Demnach habe ich das erste gemacht, was hier oben drin steht und zwar eine Gleichung wird nach einer der Variablen aufgelöst. Und der enthaltene Term, erhaltene Term wird in die andere Gleichung eingesetzt. Nun ist es so, dass wir hier einmal haben, y ist gleich und in der Gleichung 2 haben wir 3x plus y ist gleich 1. Das heißt, wir können alles das, was hier hinter dem ist gleich steht, das 2x-9, können wir anstelle des y an dieser Stelle einsetzen. Was dann so aussieht, ich habe es jetzt betitelt mit 1 in 2, quasi die umgestellte erste Gleichung, setzen wir in die zweite ein und kommen auf 3x, das haben wir von da, plus das von da oben, also plus y quasi und für y setzen wir 2x-9 ein, quasi 3x plus 2x-9. Die Klammern müssten hier nicht stehen, ich habe es nur gemacht, damit das besser zu erkennen ist. Ist gleich 1, das haben wir auch von da drüben. Dementsprechend haben wir den ersten Teilsatz der Definition gemacht. Wir haben quasi eine der Gleichungen nach einer Variablen aufgelöst und den enthaltenen Term in die andere Gleichung eingesetzt, so, dass eine lineare Gleichung mit einer Variable entsteht. Stimmt, wir haben jetzt eine lineare Gleichung, noch nicht in der Normalform, denn die Normalform haben wir ja vorhin gesehen, sieht anders aus, aber wir haben jetzt eine lineare Gleichung mit einer Variable, denn hier ist kein y mehr vorhanden, sondern nur noch x. Jetzt lösen wir das Ganze auf, quasi wir rechnen 3x plus 2x sind logischerweise 5x, minus 9 ist gleich 1. Das Ganze rechnen wir plus 9 und das Ganze durch 5 und dann kommen wir auf x ist gleich 2. Dementsprechend haben wir den x-Wert, also den gesuchten x-Wert, fehlt uns nur noch der gesuchte y-Wert. Das steht jetzt nicht mehr in der Definition drin, aber das sage ich euch. Wir setzen einfach x in eine der beiden Ausgangsgleichungen ein, quasi x ist gleich 2. Ich habe in diesem Fall die erste Ausgangsgleichung genommen und, beziehungsweise ich habe in diesem Fall die umgestellte erste Ausgangsgleichung genommen, weil wir hier ja schon in der Form sind, y ist gleich, dann kommen wir gleich auf y. Wenn wir das einsetzen, habe quasi x ist gleich 2 anstelle von x eingesetzt, komme auf 2 mal 2 minus 9 ist gleich y und dementsprechend auf y ist gleich 5. Jetzt habe ich x ist gleich 2 und y ist gleich minus 5 und das schreibe ich, wie wir es vorhin gelernt haben, als Lösungsmenge hin, unterstreicht das doppelt und euer Mathelehrer oder mein Mathelehrer, meine Mathelehrerin, freut sich, dass ich die Aufgabe gelöst habe. Allerdings nicht wirklich gut, denn es gibt noch zwei andere Verfahren und eins dieser anderen Verfahren ist besser. An sich muss man sich immer, eigentlich muss man sich vorher, wenn man alle Verfahren kennt, muss man sich vorher angucken, welches Verfahren ist am besten. Ich erkläre trotzdem am selben Beispiel das Gleichsetzungsverfahren. Erst einmal die Definition. Beide Gleichungen werden nach ein und derselben Variable aufgelöst und die erhaltenen Terme werden gleichgesetzt, sodass eine lineare Gleichung mit einer Variable entsteht. Wieder dieselbe Quelle, mein Tafelwerk von Duden-Peteck. Ich habe wieder dasselbe Beispiel gewählt, hatte ich schon gesagt, und erkläre mal wieder, wie das Ganze funktioniert. Ich fange also an wie beim ersten Mal. Ich stelle die erste Gleichung um, zu y ist gleich, man kann es auch zu x ist gleich umstellen. Hauptsache ist, dass, wenn man den nächsten Schritt macht, nämlich die zweite Gleichung umstellen, die zu derselben Variable umgestellt wird, wie die erste Gleichung. In diesem Fall habe ich beide Gleichungen zu y ist gleich umgestellt und komme auf, also in der ersten Gleichung, das hatte ich ja das letzte Mal schon erklärt, auf 2x-9. Also beim letzten Verfahren. In der zweiten Gleichung rechne ich quasi, jetzt muss ich wieder nachdenken, minus 3x und ja, ich rechne minus 3x und komme auf y ist gleich minus 3x plus 1. Und jetzt steht, die erhaltenen Terme werden gleichgesetzt. Dadurch, dass die beiden, also dass es ein Gleichungssystem ist, wissen wir, dass das x dem x entspricht und das y dem y entspricht. Das heißt, wir wissen, dass y gleich y ist. Man kann gleich setzen sagen, man kann gleich stellen sagen, das ist an sich dasselbe. Jetzt ist es so, dass wir einmal für y jetzt auf der rechten Seite quasi als Term 1, nein auf der linken Seite meine ich, als Term 1, dass die erste Gleichung umgestellt einsetzen kann. Also quasi den zweiten Term der ersten Gleichung. Und als Term 2, das Gleichsetzung oder Gleichstellungsgleichung, genau, setzen wir den zweiten Term der zweiten umgestellten Gleichung ein. Dementsprechend kommen wir auf 2x minus 9 ist gleich minus 3x plus 1. Ich hoffe, das kann jeder erkennen, dass dieser Term dahin wandert und dieser Term dahin, weil ja y gleich y ist. Das Ganze wird dann aufgelöst. Ich rechne quasi plus 3x, dann komme ich da auf 5x, dann rechne ich plus 9, dann komme ich auf 10 hier auf dieser Seite. 5x ist gleich 10, dann kommen wir wieder auf x ist gleich 2, so wie beim letzten Mal. Und dann setzen wir x natürlich wieder ein in eine der beiden. Ich habe hier wieder die erste genommen, wir können das auch in die zweite einsetzen. Dann würden wir rechnen, minus 3 mal 2 plus 1, wenn wir auf minus 6 plus 1 kommen, kommen wir auch auf minus 5 und haben wieder eine Lösung. Jetzt sehen wir, dass das aber auch noch nicht so wirklich besser ist, als das, was wir davor gemacht haben. Im Gegenteil, das ist noch ein Schritt mehr, weil das für diese Art von Gleichungssystem nicht gut ist. Vielleicht hat man ja hin und wieder ein Gleichungssystem, was bereits in dieser Form gegeben ist. Dann brauchen wir natürlich nichts mehr umstellen. Dann bietet sich das Einsetzungsverfahren nicht so gut an, bzw. das nächste Verfahren wahrscheinlich auch nicht. Aber für dieses Gleichungssystem jetzt bietet sich am besten das Additionsverfahren an. Und da gibt es die größte Definition von allen. Denn durch äquivalentes Umformen, hatte ich vorhin erklärt, wird erreicht, dass die Koeffizienten einer der Variablen in beiden Gleichungen übereinstimmen, bzw. sich nur im Vorzeichen unterscheiden. Durch, oh, da habe ich ein durch vergessen, egal. Durch Subtraktion bzw. Addition der so umgeformten Gleichung, ach ne, stimmt gar nicht. Subtraktion bzw. Addition der so umgeformten Gleichung führt auf eine lineare Gleichung mit einer Variable. Ich erkläre es dann nochmal. Wir haben dasselbe Beispiel mit Gleichung 1 und Gleichung 2. Wir haben, achso, nein, das will ich noch gar nicht zeigen. Wir haben es in diesem Fall schon so gegeben, wie es verlangt wird. Wir müssen jetzt nichts Äquivalent umformen, damit wir entweder die Koeffizienten einer Variable in beiden Gleichungen übereinstimmen. Koeffizienten ist quasi das, was vor der Variable steht. Hier in diesem Fall 2 und 3 stimmt nicht überein. Hier in diesem Fall Minus 1 und Plus 1 stimmt auch nicht überein. Aber hier das, was nach dem Beziehungsweise steht, ist in diesem Fall wichtig. Da steht, beziehungsweise sich nur im Vorzeichen unterscheiden. Und Minus 1 und Plus 1 unterscheidet sich nur im Vorzeichen. Und dementsprechend haben wir diese Bedingungen erfüllt und müssen jetzt nichts mehr Äquivalent umformen. Wenn hier zum Beispiel eine 2 gestanden hätte vor dem y, dann hätten wir diese komplette zweite Gleichung durch 2 umformen können, also durch 2 rechnen können. Und dann wären wir da auch auf 3 halbe x plus y ist gleich 1 halb gekommen. Jetzt ist es aber so gegeben schon und dementsprechend können wir weiter machen und subtrahieren bzw. addieren. In diesem Fall addiert man, weil es so ist, dass wir gerne eine Variable weniger hätten. Das heißt, wenn wir jetzt subtrahieren würden, würden wir 2x minus 3x rechnen, würden auf minus 1x kommen, würden minus 1y minus 1y rechnen, würden auf minus 2y kommen und würden 9 minus 1 rechnen, würden auf 8 kommen. Dann hätten wir immer noch eine Gleichung mit zwei Variablen. Wir rechnen aber plus und in diesem Fall kommen wir auf 2x plus 3x in 5x und minus 1y plus 1y ist 0, also schreiben wir nichts dafür hin und 9 plus 1 ist 10 und kommen so im schnellsten Falle auf diese Gleichung, die wir auflösen können, zu x ist gleich 2. Jetzt müssen wir natürlich, wenn wir x einsetzen, noch eine der beiden Gleichungen irgendwie umstellen. Wir setzen also x ein in die erste Gleichung hier mal wieder, stellen das dann um zu y ist gleich und kommen auch auf y ist gleich minus 5. Und in diesem Fall haben wir auch hier die Lösungsmenge. Falls ihr dazu noch Fragen habt oder irgendwie Probleme, dass ihr mit den Aufgaben nicht klarkommt oder ich noch was erklären soll, schreibt es in den Kommentaren an. Ansonsten war es das für diese Folge und ich freue mich, dass das so geklappt hat. Nächste Folge wird es darum gehen, um quadratische Gleichungen. Das ist dann nochmal eine Nummer höher als die linearen Gleichungen. Und dann wird es um Lösungsverfahren von Gleichungen höheren Grades gehen. Das heißt nicht nur quadratische Gleichungen, also mit x² zum Beispiel, sondern es geht auch um x hoch 3 und x hoch 4 und x hoch 5. Da gibt es nämlich in bestimmten Fällen auch Möglichkeiten, die zu lösen, ohne irgendwelche Power-Taschenrechner zu verwenden. In diesem Fall, nein, nicht in diesem Fall, sondern jetzt bleibt mir nur noch übrig zu sagen, es war mir eine Freude, euch wieder ein bisschen Mathematik näher zu bringen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch mit den Worten. Ich bin Manu von Joil hilft dir und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.